Weiter geht's mit dem nächsten Kanal, und zwar ist es diesmal Captain Genius. Seit dem 1.8.2013 hat er diesen Kanal, 10 Abonnenten, 48 Aufrufe, ein Twitter-Account, ein Facebook-Account, stalkt mich auf Facebook. Genau, wir sind hier gleich mal in der Beschreibung. Hey Leute, hier Captain Genius, was euch hier erwartet, Minecraft, PvP und so weiter, FIFA und noch vieles mehr. Ich freue mich über jeden Abonnenten, viel Spaß. Ja, wie gesagt, das kann man auch noch ein bisschen ausschmücken, die man schreibt, ja, die geplanten Projekte, laufende Projekte und so, dass man ein bisschen was über sich schreibt oder so, was weiß ich. Seid kreativ, Leute, seid einfach kreativ. Genau, er hat auch zwei Leute in seiner Subbox, das PLP, wer ist das denn? Ist das denn da bestimmt auch so ein Opfer, der Let's Plays macht. Naja. So, jeweils zwei von einer Sorte, FIFA 14 Demo Ultimate Team hat er und FIFA 14 Demo, ein Spiel Barcelona gegen Dortmund und jawohl, Minecraft Rage Mode hat er mit mir zusammengezockt vor 20 Stunden? Weil ich habe auch so ungefähr vor 20 Stunden gezockt oder vor 14 Stunden. vielleicht, naja. Mit, äh, GOMMA zusammen auf einem Server. Oh mein Gott, mit GOMMA HD! Oh mein Gott! Genau, da hat er zwei Videos, also da ist noch viel Potenzial nach oben. Wie gesagt, er hat den Kanal erst seit dem 1.8. Also ein Anfang, ne, ein Kanal, der am Anfang steht. So rum. Ähm, genau. Deswegen, bleibt weiter dran. Deswegen wird ja auch jetzt nicht so lang gigantisch verstanden, weil es hier halt nicht so viel gibt, leider. Bis auf diese vier Videos. Ähm, genau. Die, wie gesagt, die Kanalbeschreibung kannst du noch ein bisschen ausschmücken. Von den Videos her ist das auf jeden Fall cool. Minecraft ist, geht immer. FIFA 4, ja, was ist denn heute los? FIFA 14 sowieso. So, und ja, mal gucken, wie es hier weitergeht. Unterstützt den Kanal, abonniert ihn, liken und kommentieren. Und falls ihr auch mal vorgestellt werden wollt, dann schreibt mir eine PN. Ich wiederhole mich da immer. Und, und, oder schreibt mich im Let's Play Forum an. Und dann seid ihr mit dabei. Und werdet vorgestellt. Genau, soweit die Infos. Das war's von diesem Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Kanal wieder. Vielleicht sogar schon bei deinem. Bis dahin, euer HSPLP. Tschüssi.